So liebe Leute, wir kommen jetzt noch zum weiteren offiziellen Teil und noch der einzige Geschäftsführer der Hannover Indiens GmbH Dürk Wobleski mit unserem Super-Fußballer mit C. Bomberto, Bernie vom Fake-Projekt ist dabei und die drei Jungs wollten jetzt noch ein paar Sätze loswerden. Auf geht's, Bomberto. Ja, vorhin durften hier nur tanzen, jetzt darf ich nur zwei, drei Worte sagen. Ich möchte mich erstmal bei allen ganz herzlich bedanken, die ringsrum hier mitgeholfen haben. So eine geile Kulisse für die drei, für alle, die da waren. Ganz herzlichen Dank an alle. Ja, am Tanzen möchte ich erstmal nicht viel sagen, ich werde nachher auch noch zwei neue Worte sagen, aber ich gebe das Wort erstmal an unseren Oberhäuptigen Dürk Wobleski, aber du hast vorhin auch Super-Fußball gespielt, möchte ich sagen. Ja, nicht so gut wie du, aber guten Abend erstmal, ich bin ein bisschen, wir können ein bisschen geworfen, das ist super Kulisse und ein super Abschiedsspiel, super Leute hier auf dem Eis. Und die Jungs haben sich auf jeden Fall verdient und ihr habt dazu beigetragen, dass sie echt einen Abschied gekriegt haben, den sie wirklich verdient haben. Und ja, jetzt kommt es zu einer Ehrung, ich hoffe, ich ziehe das einigermaßen hin, ohne dass ich zu viel Wasser in der Augen habe. Aber toll für die Kulisse, vielen Dank, dass ihr hier gekommen seid, und dass ihr den nächsten neuen Abschied gehalten habt. Dankeschön. Applaus Ja, es ist so, die drei, das ist eher ein Abschied, aber wir haben noch zwei Männer unter uns, die uns verlasten werden heute, deswegen nehme ich einfach mal das Wort weiter. Ja, ich bin ehrlich gesagt im Moment auch so ein bisschen sprachlos, weil ich habe irgendwann mal im Leichtsinn gesagt, wenn Roman seine Karriere beendet, wende ich meine auch ihren Turm. Aber bevor wir zu den drei heute ankommen, habe ich noch zwei Leute, die auch ganz viel geleistet haben. Ich möchte einmal kurz einen Applaus bitten für meinen Freund und für einen Spieler, der hier viel geleistet hat, unsere Nummer drei, Alex Schuster. roh! ko ko Schuss! 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 Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Und ich denke, uns als echte Anruferorgane in Nils-Fans ist das auf jeden Fall wert. Joe, danke für die zweite Liga.